so und hier aluminiumblech so dann bauen wir jetzt endlich das ding hier kupferrohr ane hier das war das wollte schon sagen kupferrohr so wo haben wir denn da inspizieren okay das braucht noch ein bisschen was kann ich hier noch machen was habe ich hier aubergine samen der blauen blumen samen der antopf und dekorative blumen dann lieber das machen wir das hier ja der soll leer sein bitte also lasst mich siehst schon geil aus so mit denen so sonst gucken wir mal wie viel braucht das noch sonst legen wir uns mal pennen machen wir mal acht stunden acht stunden werden wohl reichen so dann müsste jetzt tabak fertig sein so dann habe ich eine idee was wir machen könnten dann machen wir jetzt erstmal sehr viel kupfer sehr viel aluminium wo haben wir holz da dann machen wir ein paar mehr für diese tabak dinge so gucken wir mal wie weit das jetzt ist das dauert ja echt ewig wie sieht es hier aus guckst essen ja geil essen gibt es dann haben wir hier noch mal ein so und letzter dann Ja, ich hoffe doch. Dann gehen wir gleich noch mal zwei kaufen. Beziehungsweise wir machen jetzt... So, und... So. So, hier Garten. So, da können wir noch mal zwei machen. So, einmal hier. Und noch mal hier. Muss reichen. So, und dann gehen wir von hier direkt Richtung Norden. Zur Taubendamit. Der pflückt eine Taubenfrau. Und noch mal zweimal Tabak. Ja. So. Kann ich jetzt das hier irgendwie auch schon holen? Ne, da fehlen mir noch Federn. 25 Federn hätte ich schon gerne dafür. Oder den hier mit dem Hut. Sieht auch geil aus. Das hat auch was mit dem Brot. Brot Bunny Kostüm. Ja. So, dann wären wir schon da. Gucken wir mal, wie weit die Dinge sind. Die Tabakpflanzen. Okay, wo haben wir das? Da. Einmal hier, einmal da. Ah, nice. Was ist hier mit? Ah, okay. Beschütze deine Basis allein. Komm. Gut. Gehen wir da hin? Nein, Karl. Welche Basis müssen wir jetzt beschützen? Ja, komm. So. Ne, ne, ne. Bitte nicht. Dann fahren wir mal hier rum. Ah, diese hier. Okay. Wo ist denn der Eingang nochmal? Nicht hier. Hier ist sie. Ja, kommt her. Äh. Was geht mit dem? Alter. Jo. Er ist es erledigt. So, und jetzt den hier. Alter, wieso treffe ich den nicht? Karl, ich will den nicht hier haben. Jo, der geht wieder ab. Okay, nice. Das heißt, wir können wieder zurück. So, und los. Das heißt, wir sind wieder wieder mit den, äh, verteidigen. Ganz günstig. Äh, nein, nicht umfahren. Ich habe jetzt keine Lust auf die Polizei. So, und... Genau, doch, das ist richtig hier, wo ich hinfahre. Ja, nein. Ja, Trapnade ist auch ein Beatguide. Jo, der Ton ist aber auch heftig. Ja. Ja. Achso, da ist ein Schild um mich herum. Achso, okay. Fusto, Bier. Betteln. Ja, Betteln brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, wie sieht... Ah, hier Guano. Lassen wir mal. Der ist fertig. So, dann können wir jetzt einmal Sprint machen. Ah, Guano brauchen wir dafür. Ah, okay. So. Ah, okay, wir müssen so oder so mehr machen. Bis das voll ist. Das heißt, jetzt abwarten. Äh, Bugüberfall bevorstehend. Da sollen die Creeps sich jetzt bitte drum kümmern. So, wie sieht es mit den anderen da aus? Guano nehmen wir mal mit. Braucht noch ein bisschen? Das auch. Okay. 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 Hier haben wir auch nochmal Guano. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal Wodka holen. So. Jetzt weiß ich, wofür Obdachlose mal so viel Alkohol haben wollen. Zwar nicht alle, aber einige auf jeden Fall. Zumindest von denen, denen ich schon über den Weg gelaufen bin. Auf jeden Fall. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann haben wir jetzt sechsmal Wodka. Die nutzen das, um eine Batterie aufzuladen. Nein, ich wollte nicht nach unten. Äh. Wie komme ich jetzt am besten wieder da hoch? Doch, hier rum. Hier rum ist der beste Weg dafür jetzt. Okay. So, gibt es hier noch was zu essen? Don't let them see you! Ah, toll. I'm Thor, goddess Thunder. Alles klar. Thor, Donnergott. Don't let them see you! Hier können die Mini-Zähne, ne? So, wie sieht es hier aus? Wait for more fuel, boss. Jo, alles klar. Wird gemacht. So. Karlchen. It's a shame that I can't taste it. So, Sprit. Wir haben nicht genug Guano. Jetzt brauchen wir Guano. Hier haben wir Guano. Machen wir dann nochmal ein. So. Und, ah ja, jetzt brauchen wir die Samen, die wir jetzt eingesammelt haben. Können wir nochmal Guano machen. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ah, Guano fertig. Nein, hier. So, dann können wir das hier auch noch da reinpacken. Was haben wir nun noch? Also, haben wir das hier eigentlich nur noch. Ja, Karl. Da kriegst du besser hin. Cool stuff. So, dann haben wir hier die letzten drei. So. Ich hoffe, das reicht, um voll zu machen. Das muss jetzt eigentlich reichen, wirklich. Okay. Kann sich nur noch ein paar Sekunden handeln. Nimm die Batterie. Ah, toll. Werks Drohnen, deine Basis zu überfallen. Wenn du das Schutzgeld nicht zahlst. Ja, jetzt. Nervt mich nicht. Ja, nicht nötig. Ja, komm. Gehen wir runter. Vermeide Kollisionen. Liefere die Batterie an das Rats. Also, ich glaube, hier kommen wir sicher dahin, oder nicht? Okay. So, ganz vorsichtig. Obwohl das runterfallen gerade. Hat ja jetzt auch nichts verursacht. So, da sind wir schon. Ah, okay. Ich dachte, ich habe jetzt... Geh es aus mir, will du? Ich werde das tun. Ich habe viel gelernt, wie man sich vorhanden kann, wie man sich vorhanden kann. Danke für das unheimliche Gift, übrigens. Ich liebe die Metaphor. Explosion, Fassion und was. Du bist ziemlich süß. Ahem. Anyways, mit der Batterie in place, wir brauchen die Passphrase korrigieren, um endlich zu fahren, die Maschine zu fahren. Glücklich für uns, Heave away seems to use the same Passphrase to encrypt its Alco in communication. Wir simply need to intercept such a transmission und die Phrase. Und wie machen wir das wieder? Sehr einfach, wirklich. Erstens, brennt drei Antenzen in drei verschiedene Pläste, damit sie triangulieren und locken auf die Transmission. Und dann, als es die Broadcasting beginnt, dieses Gerät wird aktiviert. Es ist perfekt gesetzt, um es auf eine Shopping-Karte. Convenient, ey? Ähm, alles klar. Wir sind jetzt nur noch zum Bauen verdonnert. Ein Penner-Signal müssen wir bauen. Drei verschiedene sogar. Ja, gehen wir mal hoch zur Basis. Und dann gucken, was wir dafür alles brauchen. So, müsste ja genau hier. So, Ladegerät brauche ich jetzt nicht mehr. So, was brauche ich jetzt? Nee, hier ist es nicht, oder? Penner-Herberge, nee. Utility, hier Penner-Signal. Kupferrohr und Mülleimer-Deckel. Okay, also... Karl? Da. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt... Die alle nehmen. Ne, Kupfer brauchen wir. Wie viel Kupferrohr jetzt insgesamt? Ähm, das mache ich hier. Zwei, vier, sechs, acht. Ne, wir brauchen sechs. Das heißt, zwölf von diesen Kupferdingern. Davon brauchen wir insgesamt zwölf. So, haben wir hier irgendwo ein Zwölfer-Stack? Ne, haben wir nicht. So, dann brauchen wir jetzt aber wieder Holz. Lassen wir hier auch gefüllt werden. Cool Stuff! So. Bau einer Antenne mit drei verschiedenen Barsen. Da werden wir noch ein paar beschäftigt sein. Wir dürfen das ja... hier und in zwei weiteren machen. So. Dann haben wir jetzt drei. Wir brauchen noch neun. So. Kupferrohr. Und dann noch Mülldeckel müssen wir finden. So, ich hoffe... Ne, das hat kein Mülldeckel. Aber was zu essen. Ja, brauchen wir. So, haben wir... Kupferrohr haben wir jetzt hier zwei. Wir gehen gleich Mülldeckel suchen. Auf jeden Fall, weil... Wie viel brauchen wir insgesamt von den Mülldeckeln? Zwei, vier, sechs dann auch. Cool Stuff! So, dann haben wir jetzt... Jetzt müssten wir drei, genau. Drei haben. Das heißt, wir bräuchten dann gleich nur noch vier Kupferrohr. Also, vier Kupferwaren, meinte ich. So. Jo, wieso gehen die mir jetzt alle so sehr auf den Nerv? Diese Bugs, ey. So, bis 16 machen wir. So, zwei könnten wir rein theoretisch dann bauen. Ach, zehn Holz haben wir noch. Ja, gut. Können wir noch einen machen jetzt? Nee, da. Okay, einer fehlt uns. Das stimmt. Die machen wir jetzt. So, kurz warten. Ja. Karl, du bist... Du bist wirklich ein Naturtalent. Was Fang angeht. So, komm, schnell fertig werden. Ja, jetzt ist fertig. So. Letzter. Dann rein. Und auch wieder rein. So, die paar Minuten. Noch einen Mülldeckel finden. So. Da, Kupferrohr. Dann müssten wir jetzt... Genau, sechs haben. So. Wo finden wir Mülldeckel? Nein? Okay, haben wir überlebt. Komm, wir gehen mal in Richtung Innenstadt. Dann können wir auch noch beim Müll durchsuchen. Eventuell auch noch was zu futtern finden. So, da haben wir auch noch mal wieder. Nein, nicht dagegen. Da hin. Wo waren die Müllalmer mit dem Deckel? Überholt. Ah, nice. Also, auch hier. Haben wir wieder Samen. Gurkensamen. Nice. Nice. So, gab's die hier. So, da sind wir auch wieder richtig. Ja, OBS ist wieder eingefroren. War echt super. Wie toll, dass man mit OBS ist. So, dann machst du hier das auch noch einmal. So machen. Na, aber egal. Dann machen wir jetzt mal weiter. Wir müssen jetzt Mülldeckel finden. Gibt's hier was? Ne, alte Reifen brauchen wir nicht. Ne. Aber ist echt irgendwie komisch. Immer nach zwei Stunden friert OBS ein. Der hat keinen Deckel, aber der hat was zu futtern. Schauen wir mal hier weiter. Irgendwo brauchen wir jetzt die Deckel. Oder was zu futtern. Karl, du bist im Weg. Karl, aus dem Weg. Da ist kein Mülldeckel. Karl, hier. Ja, aus dem Weg. Toll. Toll. Jetzt habe ich Mist gebaut. Noch nur Mülldeckel. Sechs Stück, um genau zu sein. Scrollen die nicht nach dem Mülldeckel? Ja, bin ich auch der Meinung. Gut. Jetzt sind wir sie los. So, gibt's hier Mülldeckel? Wir müssen Mülldeckel finden, auf jeden Fall. Und irgendwas für unsere Gesundheit. Während der sich da hinten übergibt. Und hier haben wir eine Feder. 13,50. Nice. Werden wir nicht alle finden. Das schaffen wir nicht. Gibt's hier hinter dem Mülldeckel? Naja, aber Tauben. Gegen die werde ich jetzt nicht kämpfen. Äh, wo finde ich jetzt Müll? Also Müll... Mülldeckel. Wo bin ich überhaupt dringelaufen? Toll. Ich wollte eigentlich in die Richtung hier. Richtung Norden. Und nicht in Richtung Osten, Süden. Oh, viel. Na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na. Na. Oh You shouldn't have missed with the bugs Oh 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 Oh